Bachtentreffen 011, die etwas anderen Perspektiven. Brücken bauen unter dem Aspekt mehr Humanität, auch für Randkrankheiten, weltweit. Der Charity-Film Win for Charity zu finden unter ganacom.tv macht sich stark. Das Handkrankheiten, Kinderpangezungen, Gendefekte und die Forschung gehört werden. Und heute ist Badentreffen. Brücken bauen für mehr Kommunikation. Ein Gendefekt kann jeder in der nächsten Minute erreichen. Und Ethik lässt sich, wie manch andere Lebenssparte, sehr schwer vermarkten. Aber wer nicht aufgibt, siegt. Der Film zeigt auf, was ich beim G8-Gipfel zur Heiligen Damm 2007 mit dem Vorsitz, damals Frau Ratspräsidentin Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin derzeit, 2011, realisiert habe. Und was unter wenigen Sicherungsaspekten der Sicherheit behindert wird. Und wenn man das abstellt, kann man global, nicht nur für Humanität, noch wirtschaftlich und ideenreich schneller handeln und dem Globus Vorsprung, nicht Fortsprung, sondern Vorsprung schaffen. Das sind die etwas anderen Perspektiven, die Erkenntnisse über 9,5 Jahre, fielen bei ganacom.tv. Und der etwas andere Dialog während des Partentreffens. Menschen erreichen unterschiedliche Fokusse. Menschen erreichen unterschiedliche Fokusse. Menschen werden persönlich, die Erkenntnisse erinnern, die Erkenntnisse erinnern, dass man die Erkenntnisse erinnern kann. Was? Das ist ganz spannend. Es ist auch eine Freude. Gt. Und da haben wir die nächste. Na dann, gespannt, gespannt. Auf die nächsten Momente, Videos, Fotos. galakom.tv oder galakom.tv zusammengeschrieben bei YouTube oder bei Facebook winmore eingeben. Dann mal schauen, was für alles möglich ist. Ohne Grenzen. Mehr Mensch. Vielen Dank.